Herzlich Willkommen zu unserem Drop Film Talk, unser heutiger Review von Bombshell. Bombshell ist ja definitiv ein Film, der auch mehrfach Oscar nominiert ist. Ich weiß gar nicht wie viele gerade, der auf jeden Fall aber glaube ich Hair & Make-up gewinnen wird, weil eine Hauptrolle Charlize Theron, die Megyn Kelly spielt, 1 zu 1 so aussieht und auch genauso spielt, wundervoll. Dann haben wir natürlich noch Nicole Kidman, die Gretchen Carlson spielt und Kayla Pospisil, die von Margot, also das ist ein Charakter, den Margot Robbie spielt. Und dann natürlich noch Roger Ailes, der von John Lithgow verkörpert wird. Ich habe ja so ein bisschen, als ich das gesehen habe, Roger Ailes ist ja etwas korpulenter und da hat er mich sehr an Winston Churchill, ich weiß nicht mehr, wie hieß der Film hier mit Lily Collins? War das mit Lily Collins? Ich weiß es nicht mehr genau, aber stimmt nicht, bei The Crown war ja Winston Churchill und da hat er mich total daran erinnert irgendwie. Und ich hatte auch The Loudest Voice mit Russell Crowe gesehen, dass er aber eher aus der Perspektive von Roger Ailes ist. Die Serie fand ich auch eigentlich recht ansprechend und sehr gut und da hatte ich mich gefragt, wieso haben sie eigentlich Russell Crowe genommen? Der hätte doch gleich die Rolle nochmal machen können als Roger Ailes und dann wäre es gut gewesen und hätte nicht John Lithgow reinbringen müssen, der irgendwie, wie gesagt, an Churchill erinnert hat. Naja, jedenfalls, die Story ist ja, sag ich mal, MeToo-Movement und Fox allgemein, seine Daseinsberechtigung, sag ich mal so, und alles, was da wirklich in dieser ganzen Sache passiert ist, das Einzige, was halt weißen, reichen Männern passieren kann, ist, dass sie gegen dieses MeToo-Movement antreten müssen. Und das ist schon eine gute Prämisse, wenn man das gut umsetzen würde. Aber ich kann schon mal vorweg nehmen, der Film ist nicht perfekt und gibt halt nicht das alles her, was man daraus hätte machen können. Jay Roach ist ja der Regisseur und Charles Randolph, der Screenwriter, die haben beide diesen Film gemacht und er zeigt halt, er versucht halt zu zeigen, was, oder Kritik zu üben an Fox News und natürlich an Workplace, also hier sexuelle Verbesserung, Arbeitsplatz und sowas. Aber er schafft es nicht, irgendwie darüber hinaus wegzukommen, die Fakten, die sich in diesem ganzen Schlamassel, sag ich mal schon, das ist eigentlich in diesem Incident von, ich glaube, 2005, 2016 war das ja, was da alles passiert ist, das einfach nur aufzuschreiben und beziehungsweise runterzuerzählen. Und da, wie gesagt, geht es ja darum, dass Roger Ailes, dass dieser Belästigungsskandal rausgekommen ist und dass Fox News natürlich für die, sag ich mal, der rechte Arm der Republikaner ist, das weiß ja auch, glaube ich, jeder, auch sogar in Europa. Und deswegen muss diese Geschichte sozusagen nicht einfach neu erzählt werden, beziehungsweise nochmal erzählt werden, sondern sie muss einfach kritischer, tiefer gehen. Und das wird leider bei diesem Film nicht gemacht. Und es bleiben halt auch wirklich solche Fragen auf, wie zum Beispiel Kate McKinnons Charakter, die halt so an einer Stelle mal ein bisschen tiefer geht und sie sagt dann halt solche Sätze wie, man muss die Mentalität eines irischen Streetcops hier, Straßenbeamten sozusagen, wie heißt das hier, Streife, einer Polizist noch Streife annehmen, um, in New York versteht sich, um, sag ich mal, da in diesem Arbeitsplatz zurechtzukommen. Und das ist sozusagen die einzige Auseinandersetzung, so ein bisschen mit Fox News als Organisation. Und die Sachen, die Margot Robbie ist im Mittelpunkt, vor allem auch dieses Belästigungsskandals, beziehungsweise da wäre die Chance natürlich ranzugehen. Und das ist halt ein bisschen irgendwie, ist halt, ist halt so ein bisschen, geht halt ein bisschen unter. Und, ähm, ja, MeToo ist natürlich auch nicht nur Aspekt von Fox News. Und da den Mittelpunkt so zu setzen, ist vielleicht auch mal die nächste Frage. Weil ich meine, äh, Mark Halperin, der war bei, der, der, der war ein, oder hat MSNBC natürlich viel unterstützt und so. Und, äh, hat auch viel gemacht. Und der war auch, wurde auch angeklagt wegen sexueller Belästigung. Und, äh, wie gesagt, Harvey Weinstein, der Schlimmste von allen, der, äh, hat sehr, 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 sehr viel die demokratische Partei unterstützt. Und, äh, also hier die, äh, die Demokraten. Und das ist halt schon, schon sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Und, äh, dass da nicht drüber hinausgegangen wird. Und das Ganze wirkt halt einfach manchmal wie ein, manchmal sehr sketchartig. Und, äh, die ganzen Nebendarsteller haben auch nicht den, den, gehen da auch nicht so tiefgründig rein und zeigen oder beziehungsweise geben mehr Perspektive, um das Ganze aufzuheben. Und, ähm, ja, es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach wirklich nur ein Runtererzählen, ohne irgendwie, äh, da zu sagen so, hey, guck mal hier genau hin. Ich meine, der Film wird von zwei Männern gemacht und, äh, das heißt natürlich nicht, dass Männer keine feministische Story schreiben können oder beziehungsweise keine feministische Story in den Mittelpunkt stellen können, die sie ausarbeiten können. Aber, äh, wenn wir jetzt Baumstatt betrachten, dann können wir definitiv sagen, sie können es nicht. Und das ist halt das Problem mit diesem Film. Ich, äh, hätte mich gefragt, wie die Story von, äh, Frauen erzählt wurde. Und, also von der Perspektive von Frauen, die als, äh, Schreiber und als Regisseurin das Ganze gemacht hätten. Und da vielleicht einfach mal das Fass weiter aufgemacht hätten, als es einfach nur eine gewisse Nacherzählung tut. Vielleicht habt ihr einen anderen Film gesehen. Meine Wertung ist, äh, 6 von 10 Punkten. Und, ähm, ich fand ihn total scheiße. Ich war so ein bisschen auch in diesem Hype gerade, weil ich Laudas Voice auch davor geguckt hatte. Deswegen fand ich es ganz passend. Aber, ähm, ja, ich glaube, beide haben so ein bisschen, sind so ein bisschen verschwommen. Deswegen hat es, glaube ich, noch 6 von 10 gekriegt. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Lasst es mich wissen, der Film kommt erst, glaube ich, im März in die Kinos. Aber, Oskar Nacht, äh, könnt ihr das natürlich schon einmal im Vorfeld gucken. Also, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann.